Sie suchen das Dezernat für Kultur, Bildung und Soziales. Da sind Sie leider hier falsch in diesem Gebäude. Das Kulturdezernat befindet sich drüben in der Basler Straße 17. Aber ich begleite Sie gerne rüber, damit es etwas schneller geht. Kommen Sie einfach mit. Guten Tag, Frau Kovacevic. Grüße Sie. Wir sind hier im Dezernat 3. Das ist das Dezernat für Bildung und Soziales. Die Dezernentin ist die Frau Kovacevic. Frau Kovacevic, wenn Sie doch einfach mal erzählen, was Sie hier so tun. Alles, was mit Kindern, Jugendlichen und Familie zu tun hat, befindet sich im Aufgabenbereich meines Dezernats. In der Jugendarbeit organisieren wir Treffs oder betreuen und beraten die Jugendlichen ganz individuell in ihren Anliegen. Unser Dezernat ist für die Schulsozialarbeit an allen Kreuzinger Schulen zuständig, für die Kita im Gesamtort, für die Volkshochschule und die Musikschule. Wir bieten eine flexible Nachmittagsbetreuung an allen Grundschulen an und in den Sommerferien ein umfangreiches Sommerferienprogramm. Bei uns können Sie auch die ermäßigte Regiokarte beantragen. Frau Kovacevic, der demografische Wandel bringt natürlich auch wesentliche Aufgaben im Bereich der Pflege mit sich. Wir haben den Pflegestützpunkt des Landkreises hier bei uns in der Stadt, der in den Räumlichkeiten der Sozialstation untergebracht ist und der berät natürlich die Bürgerinnen und Bürgern in vielen Fragen. Sie sind die Koordinationsstelle und die Schnittstelle zwischen dem Pflegestützpunkt und der Bürgerschaft in der Stadt. Vielleicht könnte Sie dazu was sagen. Eines der wichtigsten Themen heutzutage ist unsere immer älter werdende Gesellschaft. Als Geschäftsstelle des Pflegestützpunktes des Landkreises Preiska Hochschwarzwald arbeiten wir mit den Sozialdiensten auf allen Ebenen zusammen. Um die Senioren in Bad Grotzing zu unterstützen, entwickeln wir derzeit Konzepte für die städtische Seniorenarbeit. Damit Menschen mit einer Behinderung ungehindert am Lebensalltag teilnehmen können, sind wir dabei ein sogenanntes Inklusionskonzept zu erarbeiten und umzusetzen. Wir kümmern uns auch um ein möglichst breites kulturelles Angebot für Sie. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass Sie mittlerweile auch in Bad Grotzing entspannt mit Ihrer Familie einen Film im Kino anschauen können. Im Kulturbereich sind wir deshalb auch für das Joki-Kino zuständig, die Mediathek und die Schlosskonzerte. Im Augenblick beschäftigt uns das Thema Asyl sehr. Wir haben das große Glück, dass wir mittlerweile einen Helferkreis mit über 200 Helfern am Ort haben, der uns in unserer Arbeit unterstützt. Zusammen suchen wir nach Wohnraum, es werden Sprachkurse angeboten, es wird in der Arbeitssuche geholfen, aber auch bei der Alltagsbewältigung. Wenn Sie auch Zeit und Lust haben, mitzumachen beim Helferkreis, sind Sie herzlich willkommen. Spenden nimmt der Helferkreis selbstverständlich auch gerne entgegen. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen zu Ihrem Dezernat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und frohes Arbeiten. Danke schön.